Bei der Vulkan liegt das Wissen ist nur ein Piekser-Töken. Die Maus? Daniel, jetzt reißt du das ja los. Eine Slushie da? Eine Slushie-Tel wird er gesagt. Junge, soll ich dir mal zeigen, wann richtig was du umlegst? Wer du bereit wirst? Hä? Siehste, das ist eine normale Miste. So was? Weißt du nicht, dass das ein bisschen schwierig sein könnte? Halt auf, das zeige ich dir schon. Hey, du da, du Monster! Monster? Wo? Ich meine dich, du Dreischützergepattier! Wie bitte? Jawohl! Pass mal auf, die Mauskorte! Wie? Bitte? Jetzt zeige dir, wo es lang geht! Ich glaub dich so, wollen wir dich lieber! Du? Zeigst mir Slushie! Hm! Nur er! Ja, was ist wirklich? Ich will kämpfen! Pass mal auf! Die Vorbereitungen? Die Fischst mir zu frühろ! Der. Der. Wenn du? Die. 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 Das ist so, dass wir jetzt nicht mehr wissen. Dir fehlt aber ordentliche Stippentechnik. Schlagtechnik. Aber nun, darfst du ordentlich. Du hast überhaupt keine Grünrolle. Wie meint denn jetzt alles? Komm, komm her und lass auf. Dein Schlag muss zu viel mehr aus der Brüste kommen. Du musst nur nach 5B. Wie ist das das Ziel? Holst du? Oh! Oh! Was soll's denn? Okay. Und was hast du willst hier, Schnauzfugel? Ich fand... Ich fand aber... Ich muss das. Hey! Willst du wenigstens dein Knirrchen in die Luft abnehmen? Oh... Oh, das ist klar, Schnauzfugel.